eine minute 45 das ist okay ja komm mach diese zeit wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss hin zu dem hier na komm ich bin immer noch nicht da kacke das muss jetzt auch ein bisschen flott gehen jetzt auch so 37 sekunden für den fetten na das wird ein spaß zack so ein ding an die glocke jetzt wird er sauer und das letzte mal oder noch eins jetzt aber jawohl komm kipp um ja super geschafft man schafft es auf jeden fall ganz knapp zwar manchmal auch aber es geht zeitangriff dino piranha gut jetzt ist nichts mehr denke ich erstmal oder da kommt noch da wird später noch was kommen wahrscheinlich okay erstmals nichts dann wollen wir erstmal wieder ins badezimmer gehen nach der anstrengung hier also die sterne zu holen ist eigentlich wirklich ganz einfach man muss halt bloß aufpassen wo man hintritt machen wir hier weiter sagen wir jetzt kam ex flotte greift an alles klar ach gottchen die viecher hatten wir doch schon mal platt gekriegt da kriegen wir die jetzt auch wieder platt so wie kommen wir jetzt wohin wohin achso so einmal was ist mit dir Mario mein Zugtrupp der sich den Kamex Flotto eingeschlichen hat kommt einfach nicht mehr zurück ich der Kapitän werde sie retten warte es nur ab oder ich mach das einfach so so zack alle auf einmal weg gemacht tun wir uns noch die goldene äh ja die kiste hier ne ouch so so ich ziehe noch was ist auch nichts wahr ne und genau ruf sehr gut zwei Hasen die helfen mir bloß die äh Bewegung äh zu zeigen die ich hier machen muss um überall rüber zu kommen so ein Leben dazu bekommen sehr gut und weiter geht es hier oben so so macht das doch Spaß hier zack schlöldere einen Panzer in die Schatztruhe schüttle und drücke um einen Panzerhalter ja ok uh Sternstaub nehm ich mit ok das ist nicht so das große der ganze ah quatsch ich brauche den Karmic äh quatsch den Panzer aua so das war schon der Gegner glaube ich kann das sein nein nicht ganz äh gibt es hier hinten noch was achso das war nur das hier alles klar mehr gibt es hier nicht ähm 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 so kann ich nicht hier hoch kacke kann ich hier drüben hoch das wärs ne ok ich komm hier nicht hoch das nehm ich das nehm ich den tot holen wir uns auch noch und den hier auch noch aha so nur eins weg danke danke ja Mist jetzt hier nur nicht hier nur nicht sagen so wie der nein der war doch jetzt aber geht doch ach so Rainer zu Karmic ach du Schande das ist ein riesen Karmic uah weg da komm her grüner Panzer dich brauche ich so Nummer eins was kommt jetzt grüner Panzer nein knapp daneben ich hätte mal warten sollen grüner Panzer ja wunderbar was kommt jetzt oh gott zwei kleine Kamex noch ah Mist nein lass mich in Ruhe so so erledigt jawoll puh geht doch und wieder ein Stern an war aber ganz schön einfach muss man sagen also die manche Löffel sind wirklich sehr einfach und eine neue Galaxie und ein neuer Komet feindliche Basis entdeckt und wir messen unerhört große Energiemengen was treiben die da bloß ja das fragst du die mal am besten selbst ich hab keine Ahnung aber erstmal holen wir uns den Kometen auf dem den Kometen die 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 Vielen Dank.